Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Analyse unserer DFB-Elf, denn heute blicken wir mal auf die aktuelle beste Aufstellung für die WM in Katar, die ja in knapp zwei Monaten schon am Laufen ist. Denn wie wir ja gegen Ungarn bei der 0-1-Pleite sehen konnten, liegt vor unserer Mannschaft noch ordentlich Arbeit und ich finde, es ist mal wieder ähnlich wie unter Jogi Löw. Rein spielerisch ist das extrem dünn, obwohl das Spielermaterial, obwohl der Kader normalerweise deutlich mehr hergibt. Ich will nicht wissen, was es für Kritik an unserer Truppe gegeben hätte, wenn Löw noch der Trainer wäre und nicht Flick, aber trotzdem ist eine Sache klar. Bis zur WM muss man sich noch steigern, viel Zeit bleibt dafür aber nicht. Deswegen blicken wir mal darauf, wie meiner Meinung nach unsere Mannschaft am besten starten kann mit folgender ersten Elf und ihr könnt natürlich mal gerne eure Meinungen und eure Aufstellungen für die DFB-Elf in die Kommentare schreiben. Natürlich aber habe ich jetzt nicht nur meine Meinung mitgebracht, sondern auch ein bisschen gemischt mit der Realität, wie halt auch Hansi Flick plant. Deswegen ist die Systematik natürlich ganz klar. Das ist das 4-2-3-1-System, passt aber ohnehin am besten zur Mannschaft. Eine Position ist dort natürlich sehr, sehr leicht zu besetzen und das ist die des Torhüters. Manuel Neuer ist unser Kapitän und unsere Nummer 1. Mit Marc-André Ter Stegen haben wir hier eine richtig gute Nummer 2. Also dort ist man Weltklasse aufgestellt. Das könnte reichen für den WM-Titel. Anders sieht es aber dann natürlich auf der rechten Abwehrseite aus. Und ich glaube, das ist noch mit die größte Problemzone, die wir da haben. Sicherlich neben der Position des Neuners. Rechts hinten hat ja auch schon Hansi Flick relativ viel ausprobiert. Und es gibt auch dort verschiedene Varianten. Ein offensiv ausgerichteter rechten Verteidiger, wie zum Beispiel Riedle Baku oder auch Jonas Hofmann. Hofmann ist es eigentlich so gar nicht, aber er spielt es eben unter Flick. Ein defensiv ausgerichtet rechten Verteidiger, wie zum Beispiel Thilo Kehrer, Matthias Ginter, Niklas Süle oder auch Lukas Klostermann gibt es natürlich auch bei uns. Oder eben, ich würde mal sagen, eine Mischung aus beiden, wie Benjamin Henrichs. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Namen genannt und daran merkt man schon, Flick hat viel ausprobiert. Aber so richtig gut hat dann doch nicht alles geklappt. Trotzdem gibt es halt aktuell zwei realistische Szenarien. Das ist zum einen Jonas Hofmann als offensive Alternative, Thilo Kehrer als defensive Alternative und Benjamin Henrichs als Gesamtpaket, was vielleicht funktionieren kann. Der aber aktuell im Verein davon einfach auch zu wenig zeigt. Deswegen glaube ich, hat vor allem auch Jonas Hofmann sehr, sehr gute Chancen auch bei der WM zu starten. Ob jetzt rechts hinten oder im rechten Mittelfeld, weil er auch bei Gladbach sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt auch mal hier auf ihn gesetzt. Thilo Kehrer als sein Backup, den ja Hansi Flick extrem schätzt. Wäre ein Lukas Klostermann oder ein Riedle Baku richtig gut in Form, vor allem Baku spielt mittlerweile auch rechte Verteidiger einer Viererkette in Wolfsburg, dann könnten das auch richtig gute Leute sein. Ich glaube aber nicht, dass sich das bis zur WM so dermaßen ändern wird, dass diese besser sind als Hofmann und Kehrer. Für mich eine große Problemstelle. Wir haben viele Optionen und das ist sogar besser als in den Vorjahren, aber keine ist so richtig, richtig gut. Besser, finde ich, sieht es da auf jeden Fall in der Innenverteidigung aus, wo wir drei, vier, fünf richtig, richtig gute Spieler haben. Und dort wird es zum ersten Mal so richtig interessant, wen ich jetzt in der ersten Elf sehe und wen ich auch mitnehmen würde. Und dort haben wir einen Namen, wie wir jetzt schon sehen, der in den letzten Wochen gar nicht mit dabei war und das ist Mats Hummels. Ich habe jetzt hier mal Niklas Süle in der Startelf stehen. Wenn er so weitermacht in Dortmund wie die letzten Spiele, dann kann das zur WM sicherlich richtig gut werden. Hat er jetzt auch gegen Ungarn, sei mit Antonio Rüdiger gespielt und Mats Hummels ist halt auch richtig gut drauf. Und vor allen Dingen auch ein T-Player, einer der aber auch vorangeht, der Sachen klar anspricht. So, jemanden brauchst du auch einfach im WM-Kader. Deswegen habe ich jetzt ihn hier mal als Backup hingeschrieben. Und wenn eben dann Süle spielt, ist klar, Antonio Rüdiger, neben ihm für mich der Mann von Real Madrid am ehesten, der hier gesetzt ist. Sprich, Nico Schlotterbeck hätte jetzt hier erst einmal den Bankplatz. Aber diese vier sehe ich aktuell auf jeden Fall unglaublich stark und auf jeden Fall dabei. Man hätte dann natürlich noch Thilo Kehrer, Matthias Ginter, der aber auch in Freiburg richtig gut spielt und aktuell wieder super in Form ist. Bela Kotschab, der nun natürlich auch mal nominiert wurde. Also hier haben wir sehr, sehr viele Optionen in der Breite, aber auch drei, vier richtig gute Leute in der Spitze. Und auch links hinten sehe ich keine großen Probleme. David Raum, der Mann von RB Leipzig, ist er dort aktuell gesetzt. Auch wenn er in der vergangenen Saison deutlich besser in Form war, finde ich, ist das Vertrauen in ihm auf jeden Fall vollkommen gegeben. Christian Günther habe ich jetzt hier mal als Backup hingeschrieben vom SC Freiburg. Spielt dort auch eine richtig gute Rolle. Robin Gosens ist natürlich noch ein weiterer Spieler. Natürlich sind das alles offensiv ausgerichtete linke Verteidiger, was vielleicht für manche ein bisschen problematisch sein könnte. Aber je nachdem, wie du das System spielst, vor allen Dingen auch da mit einem defensiv starken rechten Verteidiger, machst du es asymmetrisch, dann passt das eben auch wieder sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen sehe ich hier auf links gar keine Probleme. Mittelfeldzentrum auch ein sehr interessantes Thema, denn dort ist für mich die letzten Länderspiele einfach zu wenig gekommen. Vor allem noch Joshua Kimmich, wird ja bedingt auch durch die Bayern-Krise aktuell stark kritisiert. Trotzdem führt an ihm keinen Weg vorbei und er ist derjenige, der für mich dort am ehesten gesetzt ist. Und daneben gibt es auch ein paar Spieler, wie zum Beispiel Maxi Arnold, Robert Andrich, über die man immer wieder spricht, die aber jetzt auch in der Nationale Affiliate die größte Rolle spielen. Aber vor allen Dingen für die Position gibt es für mich drei potenzielle Stammspieler. Elkay Gündoğan, den ich jetzt hier aber erstmal auf der Bank sehe, Leon Goretzka und Jamal Musiala. Und den würde ich in diese erste Elf aktuell auf jeden Fall mit einbauen. Er spielt bei Bayern eine unglaublich starke Saison, ist natürlich noch unglaublich jung, aber kann vor allen Dingen auf dieser Position bei der WM, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig sein. Auch bedingt dadurch, dass Goretzka, glaube ich, noch ein bisschen braucht, bis er wirklich zu komplett alter Stärke zurückgefunden hat. Gündoğan ist nochmal ein anderer Spielertyp, ist halt die Frage, was du willst. Ich glaube, Musiala kann unserer Offensivabteilung extrem helfen, weil wenn ich dann an das Spiel gegen Ungarn denke, da ging halt nach vorne schon relativ wenig zusammen. Und genau da brauchst du halt auch mal so einen Spieler wie Musiala. Offensive Dreierreihe. Und dort ist mir persönlich aufgefallen, dass wir da richtig gute Spieler haben, aber auch nicht allzu viele. Also da musst du schon gucken, dass die dann auch wirklich in Form sind. Wir haben zwar in Anführungszeichen nur drei Positionen, bedingt aber durch den Sturm, wo es Probleme gibt und wenn man Musiala zurückzieht, gibt es dann gar nicht mal so viele Varianten. Aber auf einer Position gibt es sicherlich noch Diskussionen und das sind die Flügel. Wer spielt dort? Wer passt da am besten? Wer ist am besten in Form? Und in Form sind beide nicht. Aber ich habe beide jetzt mal hier aufgeführt. Kai Havertz und Serge Gnabry. Sicherlich waren sie letzte Saison ein bisschen besser drauf oder auch zu Saisonbeginn. Die letzten Wochen ist es durchaus ruhig geworden. In dem System kann ich mir Kai Havertz auf rechts sehr gut vorstellen, wenn man eben dann Hofmann hinterhin hat, der dann die Lillehoren runterrennt. Havertz kann sich eher im Zentrum orientieren. Wenn man dann zum Beispiel mit Thilo Kehrer spielt, der defensiv stärker ist, würde hier für mich Gnabry mehr Sinn machen, der dann eher auf der rechten Seite kleben bleibt. Also zwei verschiedene gute Optionen, aber beide müssen sich bis zur WM noch deutlich steigern. Zehner Position und dort gibt es nämlich keine Diskussion. Thomas Müller auf jeden Fall gesetzt. Klar, auch bei Bayern aktuell keine einfache Zeit. Auch in der Nationalelf keine einfache Zeit. Trotzdem ist für mich, also da muss ich nicht diskutieren. Thomas Müller, klare Geschichte. Marco Reus habe ich jetzt hier mal als Backup aufgeführt, so wie er zu Saisonbeginn gespielt hat. Und vor allen Dingen eben auch, so wie aktuell Havertz und Gnabry spielen oder auch Sané mit Leistungsschwankungen, kann ich mir sogar Reus in der ersten Elf vorstellen. Ist ja aktuell leider wieder verletzt, aber auf jeden Fall einer von diesen vier, fünf Topspielern, die ich angerissen hatte für diese offensive Dreierreihe. Und dazu gehört natürlich auch Leroy Sané, der dann hier am ehesten gesetzt ist. Hier haben wir auch Robin Gosens, den ich mal damit beigepackt habe, weil ich eben dort durchaus das Problem sehe. Wir haben Sané, Müller, Havertz, Gnabry Reus, zudem auch noch ein Jamal Musiala. Das sind sechs richtig gute Spieler für diese drei Positionen. Ich glaube aber, dort wird unserem Team nochmal ein ganz anderer Spielertyp, der mir gerade gar nicht einfällt, helfen. Vielleicht habt ihr dort Ideen, um nochmal besser aufgestellt zu sein. Robin Gosens habe ich jetzt hiermit beigeschrieben, weil ich auch den im potenziellen WM-Kader sehe, aber halt auch genauso stark ist wie Raum und Günther. Und dann, ja, das große Problem neben der Position des rechten Verteidigers ist die des Stürmers. Und da kann ich gar nicht mal so viel sagen, denn ich habe jetzt hier Timo Werner als Nummer 1 im Sturm, Lukas Metzscher als Nummer 2, weil das eben aktuell die Rangfolge ist unter Hansi Flick. Ich hoffe, dass eigentlich ein Kevin Volland von Monaco nochmal richtig gut in Form kommt, hat aktuell aber auch Verletzungsprobleme. Das ist so ein bisschen das Problem, ob es da bis zur WM reichen wird und ob er auch besser ist als ein Metzscher, ist halt nochmal die Frage. Und natürlich gibt es hier das Thema Niklas Füllkrug, Simon Terodde, zumindest vom Spielertyp, von der Torquote her, vor allen Dingen auch Niklas Füllkrug, was sicherlich interessant ist. Und Timo Werner kommt halt noch nicht so richtig klar, weil er bei Leipzig hat einen guten Start gehabt, aber auch relativ deutlich nachgelassen, wie die komplette Mannschaft unter Tedesco, unter Rose, weiß man auch noch nicht genau, wo sie die ganze Geschichte hinführt. Ich weiß, auch hier ist natürlich ein Kai Havertz eine Alternative, aber mir ist das dann ein bisschen zu viel klein klein. Wenn du nochmal so einen individuell starken Techniker nach vorne hast, eigentlich brauchst du einen Zielspieler, vor allem wenn du einen David Raum hast, der richtig gute Flanken schlägt. So einen haben wir aber nicht zwingend aktuell. Niklas Füllkrug mit Abstrichen, auch Lukas Metzscher kann das sicherlich sein. Hansi Flick vertraut aber hier einfach Timo Werner oder vielleicht noch manchmal Kai Havertz. Das ist alles nicht optimal, aber ich glaube, das ist so mein Ansatz. Die beste erste Elf, die wir aktuell so haben können. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde auch in den kommenden Wochen, im Laufe des Oktobers, spätestens Ende Oktober, nochmal meinen kompletten 26-Mann-Kader nominieren für die WM. Wie ich es persönlich machen würde, ist, finde ich, dieses Jahr nämlich unglaublich spannend, weil du hast vielleicht so 14, 15 Spieler, die auf jeden Fall mitmüssen, aber danach eben auch sehr, sehr viele Optionen in der Breite, wo du natürlich überlegen musst, was macht taktisch auch am meisten Sinn. Das wird unglaublich spannend. Also wenn ihr da weitere Ideen habt, dann schreibt die mal gerne in die Kommentare und eben auch eure Meinung, eure Aufstellungen, wie ihr aktuell unsere deutsche Elf aufstellt für die WM in Katar. Eure Meinung zum Video mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.